Sie hat den ganzen Tag pausenlos gearbeitet. Kein Wunder, dass sie todmüde ist. Und? Wie läuft es? Kommst du einigermaßen mit ihr aus? Loch der Verzweiflung gestürzt. Beziehungsweise er hat sich eigentlich selbst reingestürzt. Wie so ein Trottel. Aber er war eigentlich ein ganz witziger Geselle. Aber naja. Damit haben wir den Donnerhelm jetzt bekommen. Den wir natürlich zur Königin bringen müssen. Aber vorher will ich natürlich noch schauen, ob wir nicht... Von hier kann man das tatsächlich gar nicht benutzen. Das ist ja doof. Aber warum ist das jetzt zu? Nein! Ich wollte doch gucken, ob wir Barretta jetzt befreien können. Oder ob sie jetzt befreit ist. Whatever ist. Das ist natürlich jetzt doof. So ein bisschen. Da komme ich jetzt am besten dahin. Ist die Frage. Ist die Frage. Gut. Ich würde sagen, ich setze mal einen Schnitt. Und wir sehen uns gleich wieder am Eingang. Vom Jägerversteck. Und dann gucken wir mal. So. Sie ist weg. Sie ist einfach weg. Hat sie selbst befreit oder was? So wie sie gesagt hat scheinbar. Ist sie irgendwie selbst zurecht gekommen. Keine Ahnung, wie sie das gemacht hat. Aber egal. Gut. Dann haben wir nichts weiteres verloren. Und ich würde sagen, wir porten uns zurück. So. Dann wollen wir mal schauen. Ich werde natürlich erst mal die Kleidung wechseln. Ne? Damit wir mich auch bloß reinlassen. Wäre sonst ein bisschen doof. Und dann schauen wir mal, was unser nächstes Ziel sein wird. Vielleicht gucken wir ja gerade mal, ob wir Barretta finden. Sonst hätte ich mal gesagt, wegen dem Passwort. Aber es ist gerade nicht dunkel. Es ist immer noch helligster Tag. Ist natürlich ein bisschen doof. Oder Trigger, kann ich ein Cut ziehen? Oder? Was willst du? Willst du mischen? Ich habe endlich den Wui meines Lebens gefunden. Wir haben vor kurzem geheiratet. Okay. Ich bin das erste Mal in meinem Leben glücklich, aber... Er ist krank. Schwer krank. Wir brauchen unbedingt ein Muldora-Herz für die Medizin. Mhm. Aber ich bin nicht stark genug. Ich habe keine Chance, so ein Biest zu besiegen. Ich bin hier, um die Soldatinnen um Hilfe zu bitten. Aber hier ist gerade viel los. Und sie haben mich weggeschickt. Muldoras sind gewaltige Ungeheuer. Mit denen zu kämpfen ist lebensgefährlich. Eigentlich kein Wunder, dass niemand diese Gefahr für einen Fremden auf sich nehmen will. Aber ich bin gerade erst aus der Stadt herausgekommen. Ich will nicht zurück dorthin. Dann fangen wir mal nach dem Muldora. Muldoras sind schreckliche Ungeheuer. Nicht einmal Monster wagen es, sich ihnen zu nähern. In den Tormadyen im Westen von hier und auch weiter südlich kann man sie wohl öfter finden. Mhm. Sie reagieren sehr empfindlich auf Erschütterungen und greifen alles an, was ihnen zu nahe kommt. Man kann sich ihnen nicht nähern. Und irgendwen als Ablenkung zu nehmen, wäre nicht die feine Art. Interessanter Gedanke. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Dann werden wir mal danach gucken. Nach dem Muldora-Herz. Klingt ja heftig. Aber wir werden das schon schaukeln irgendwie. Wo ist Rio hin? Rio ist weg, die Königin wurde entführt. Nein, verdammt. Okay, irgendwo wird es das schon sein. Aber Moment. Wo ist denn Barretta? Scheinbar nicht hier. Wird wohl nicht hier sein, oder? Nope. Hm, keine Ahnung. Bestimmt in Sicherheit. Okay. Dann spreche ich mal mit Billa. Rio ist im Obergeschoss. Dass sie dich sogar in ihr Schlaf gemacht lässt. Ich frage mich wirklich, was sie sich dabei denkt. Wenn ihr irgendwas zustößt, werde ich dich höchstpersönlich zur Rechenschaft ziehen. Okay, ich dachte, wir müssen mit Billa darüber reden. Aber scheinbar nicht. Gut, dann sprechen wir mit Rio, wenn wir jetzt durch können. Was so aussieht. Dankeschön, sehr freundlich. Ja, da steht sie auch schon. Na? Tschüss. Erstmal umsehen. Erstmal hier alles gründlich ansehen. Hier sind noch mehr solcher Plüsch-Sandtrabben. Und ein Tagebuch oder sowas. Lesen wir gleich mal. Also eine kleine Bücherei sogar. Was ist das denn? Ganz viele Tafeln, die wir leider nicht lesen können. Schade, schade. Sieht sehr interessant aus. Also diese Kiste. Mit irgendwas drin. Keine Ahnung. Und ihr Schlafplatz. Mit Plüschis. Sehr interessant. Okay, dann lesen wir mal das Tagebuch, wenn das ein Tagebuch ist. Ich hab keine Ahnung. Ja, tatsächlich. Tagebuch einer Königin von Makila Rio. Billa hat mir mitgeteilt, dass Mutter zum Himmel aufgestiegen und eine Göttin geworden ist. Vom heutigen Tag an bin ich also die Königin der Gerudo. Ich wünschte, Mutter wäre bei uns geblieben. Aber man bekommt nicht immer das, was man möchte. Seit ich Königin geworden bin, sind alle noch freundlicher zu mir als zuvor. Doch gleichzeitig sehe ich in ihren Augen eine große Unsicherheit. Sie vermissen die starke Anführerin, die Mutter für sie war. In der Gerudo-Wüste ist ohne jedes Vorzeichen der Titan Varner Boris erschienen, der in tiefem Schlaf lag. Mutter nannte ihn den Schutzgott unseres Stammes, aber wohltätig sieht er nicht wirklich aus. Ich werde morgen aufbrechen, um Näheres herauszufinden. Als ich mich Naboros zusammen mit Patricia näherte, geriet ich in einen gewaltigen Sandsturm. Blitze schlugen nur wenige Schritte von uns entfernt ein. Sollte sich dieses Wesen entscheiden, zu unserer Stadt zu kommen, wären wir verloren. Als ich umkehren wollte, scheute Patricia vor einem Monster und schoss in Richtung von Naboros davon. Stimmt, Patricia war ja ihre Sandtraube, ne? Was dann passierte, weiß ich nicht. Ich erwachte und fand Billa über mir, die mit besorgtem Blick auf mich herab schaute. Seit diesem Vorfall weicht Billa nicht mehr von meiner Seite. Es ist, als hätte ich einen zweiten Schatten gewonnen. Kurz Zeit später entwendeten Diebe das heilige Erbe unseres Stammes. Billa gibt sich selbst die Schuld daran. Doch wäre ich als Anführerin nicht so unreif, wäre das alles nicht geschehen. Die Soldatinnen haben sich sofort auf die Suche gemacht. Doch sicher verachten sie insgeheim ihre machtlose Königin. Ach, komm schon, jetzt mach dich doch nicht immer so fertig. Nach unermüdlicher Suche haben wir das Versteck der Banditen, die unser Schatz gestohlen haben, aufgespürt. Leider sind sie sehr wachsam, sodass die Soldatinnen sich dem Versteck nicht nähern konnten. Wir wissen, wo der Donnerhelm ist, aber haben keine Möglichkeit, ihn zu erreichen. Mutter, Obosa, lenkt meine Schritte. Sagt mir, was ich tun soll. Hm. Okay. Sie scheint an ihren Fähigkeiten noch zu zweifeln. Aber vielleicht können wir das ändern. Wir sind da, um zu helfen. Wir sind da, um zu helfen. Keine Sorge, es wird alles gut. Hier noch ein bisschen umsehen. Können theoretisch da hochklettern. Gucken, was da so ist. Aber wir sprechen jetzt mal mit Ryu. Ich habe dich schon erwartet. Du brauchst es nicht zu sagen. Als Königin der Gerudo spüre ich die Macht, die von unserem heiligen Erbe ausströmt. Wie du sehen kannst, bin ich noch jung. Meine Untertanen verehren mich, aber sie lieben mich, wie man ein Kind liebt. Ich sehne den Tag herbei, an dem ich mir ihren Respekt als Anführerin verdiente. Als das heilige Erbe gestohlen wurde, war es die größte Schmach, die ich mir vorstellen konnte. Doch dann kamst du zu uns. Die große Obosa muss deine Schritte geleitet haben. Nun gut, bitte gib mir den Helm. Bitteschön. Wow, sieht ja bescheuert aus. Wie sehe ich aus? Super, sieht so aus, ey. Klasse. Oh, Erinnerung. Erinnerung. Der Herr Winkler. Der Herr Winkler. Oh, erinnert. Ah, kaum ruft man dich schon, bist du da. Du bist nicht umsonst ihr Leibwächter. Tut mir leid, dass ich dich hier antanzen lasse. Sie hat den ganzen Tag pausenlos gearbeitet. Kein Wunder, dass sie todmüde ist. Und? Wie läuft es? Kommst du einigermaßen mit ihr aus? Ich verstehe. Aber sei ihr bitte nicht böse. Sie hat's nicht leicht. Jedes Mal, wenn sie das Schwert auf deinem Rücken sieht, zerreißt es ihr das Herz. Die missratene Tochter von Hyrule, nennt sie sich. Keine Sorge, es ist natürlich nicht deine Schuld. Dieser große Druck. So lange verfolgte er sie schon. Um die Kraft des Siegels zu erlangen, war sie von klein auf zu spirituellen Übungen verpflichtet. Einmal saß sie so lange in einer kalten Quelle, dass sie krank wurde, ein hohes Fieber. Aber trotzdem blieb ihr die Siegelkraft verwehrt. Um sich nicht gänzlich nutzlos zu fühlen, fing sie an, die Titan zu erforschen. Sie ist ein gutes Mädchen. Und deshalb müssen wir ihr helfen. Besonders du. Es ist frisch geworden. Ich fürchte, ich muss sie wecken. Hm? Ah. Oh, oh, Bosa! Was war das? Dieser Krach! Was machst du denn hier? Nice. Aber auch traurig. Das Zelda nimmt sich viel zu hart ran. Ja, schon schwierig, schwierig. Aber okay. Was ist? Bist du so überwältigt? Sag schon, steht er mir? Er steht dir perfekt. Etwas Großes. Perfekt. Wirklich? Während du nach dem heiligen Erbe gesucht hast, hat sich Varnamboros an eine andere Stelle bewegt. Oh, echt? Bald ist vielleicht schon unsere Stadt in Gefahr. Als Königin, als Gerudo, muss ich ihn um jeden Preis aufhalten. Wirst du mir dabei zur Seite stehen? Natürlich! Es ist schon seltsam. Der Kampf steht uns noch bevor, aber durch dieses eine Wort habe ich keine Angst mehr. Ich gehe schon einmal vor. Wir treffen uns auf dem Ausguck im Südosten der Stadt. Wir können uns Naboros nur auf Sandrauben nähern. Der Ausguck ist zwar nicht weit von der Stadt entfernt, aber zur Übung könntest du mit einer Sandraube dorthin kommen. Ich werde dort mit meiner geliebten Hofraube Patricia auf dich warten. Aber er ist schon etwas groß. Ein bisschen vielleicht. Okay. Wunderbar, wunderbar. Dann geht es ja bald in den nächsten Litauen, würde ich sagen. Wenn ich nicht vorher einen Abstecher woanders hin mache. Ich weiß noch nicht. Was macht ihr hier, Kinder? Was macht ihr da? Sag mal, habt ihr schon mal einen Wui gesehen? Hier steht einer. Also ich, wenn ich mal groß bin, dann nähre ich bei Frau Aschai alles über Wui und so. Meine Mama hat gesagt, es ist komisch, dass eine ledige Frau wie Aschai einen Kurs für Wui anbietet. Was bedeutet eigentlich ledig? Ich habe gehört, wenn man sich in ein Wui verliebt, ist das süßer als jedes Obst. Sogar süßer als Wildbären? Das glaube ich erst, wenn ich meinen eigenen Wui gebissen habe. Alles klar. Viel Spaß noch euch dabei. Wir werden das schon alles noch lernen. Irgendwann, irgendwann. Okay, ähm. Es wird spät, aber ich glaube, das reicht noch nicht, um hier reinzukommen, oder? In dem Moment, das war gar nicht wegen Abends, sondern einfach nur einen Tag später, oder? Oder war es auch... Ging das nur Abends? Ich weiß schon nicht mehr genau. Ich gucke einfach mal. Äh, hallo? Ich gucke einfach mal. Ich, ich... Hallo? Komm, komm, untersuchen. So. Wenn ich zu nahe handeln, geht es irgendwie nicht. Okay. Passwort, gut. G. Nochmal G. Und C. G-Zu. Eine Raute, habe ich gehört. In Ordnung. Ihr dürft herein. Nice. Auf geht's. Okay, was geht hier ab? Hä, was geht hier ab? Zeig mir eure illegale Ware. Wow, was... Oh, mein Gott. Das sieht... Cool aus. Oh, ich habe ich hier noch nie gesehen. Hm. Ha, 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 ha. Ein neuer Gast macht hier seine Aufwartung. Mhm. Wenn ihr nicht zu viele Fragen stellt, stelle ich auch keine. Okay. Ihr seid jetzt Mitglied hier, also möchte ich euch für euren Besuch danken. Alles klar, sehr schön. Geheimnisklemmerei geschafft. Wunderschön. Was ist das hier? Moment, das ist... Nee. Füßen-Stirn-Schutz. Okay, er hat auch Hitzeschutz. Ich glaube, das ist männliche Kleidung tatsächlich. Sieht zumindest eher da mal aus. Besonders das hier. Ah, interessant. Moment, ich hätte mich jetzt nicht auf den Preis geachtet. Ja, ja. Ah, schon ein bisschen was, aber wie viel kostet das denn, ne? Das interessiert mich ja da schon eher. Oho, das ist etwas ganz Besonderes. Man braucht Leuchtsteine, um es herzustellen. Wenn es euch danach verlangt, fertige ich es euch an. Wenn ihr mir die benötigten Materialien bringt. Ja, aber es ist doch schon da. Eine kleine Gebühr wird natürlich auch fällig. Okay, aber Leuchtsteine habe ich. Auf jeden Fall. Mehr ist genug, wie es scheint. Und dieses davon kostet 800. Kann ich mir leisten. Das heißt, ich würde sagen... Kauf uns das, oder? Aber vielleicht sprechen wir erstmal mit ihr. Wo bin ich hier eigentlich? Dies ist der Gerudo-Geheimclub, kurz GGC. Wir sind der einzige Ort in der Stadt, an dem ihr Kleidung für Wui kaufen könnt. Okay. Nun, das mag nicht ganz legal sein, aber es gibt eine unerwartet hohe Nachfrage. Alter, verkleiden sie so viele aus Frauen, oder was? Ich muss schon sagen, mein Herr. Niemand hat sich bisher in eine Wei verwandelt, die euch gleichen würde. Und sie hat mich auch durchschaut. War irgendwie klar. Da wir beide dunkle Geheimnisse teilen, sind wir quasi Geschwister im Geiste. Ich stehe hier in eurer Schuld. Okay. Kauf mir das ab. Nicht, aber nicht jetzt. Je größer die euch umgebende Finsternis, umso heller erstrahlt das Licht. Denkt ihr nicht auch? Bestimmt. Bestimmt. Okay. Dann mal schauen. Wunderbar. Sag, sag, sag. Ich werde wohl für euch meine Vorräte aufstocken müssen. Tu das, tu das. Einfach alles holen. Ich weiß noch nicht genau, wofür es ist. Scheint sonst keine Effekte zu haben. Aber es sieht cool aus. Deswegen kaufe ich es mir. Vielleicht kriege ich es da später noch Effekte, wenn ich das aufwerte. Man weiß es nicht. Alles klar. Das sieht weird aus, aber hey. Warum nicht? Warum nicht? Jetzt habe ich allerdings fast kein Geld mehr. Okay, die andere Rüstung hebe ich mir auf, oder? Oder? Hmm. Wir verkaufen einfach jetzt mal ein bisschen. Hallo? Sprich mit mir. Ich will das verkaufen. So. Dann schauen wir doch mal unsere ganzen Ehesteine. Die können wir ja verschäumen, wie sonst was. Das wird schon klar gehen. Warte ich nur. Wie viel vor allem? Hmm. Ich würde sagen, davon acht. Warum nicht? Wunderbar. So, hier Bernsteine kann ich ohne Ende verkaufen. Sagen wir erst mal 30. 20. Jo, geht klar. Und Opal. 20. Jo. Das sollte reichen. Dann können wir uns gleich auch mal richtig anziehen, wenn wir dann in der Wüste unterwegs sind. Also nicht in der Stadt. Müssen wir nicht die ganze Zeit in den Frauenkörmotten rumlaufen. Ich will ja eh alle Rüstungen haben. Von daher. Her damit. Und das auch noch. Ja, wunderschön. Gut. Also noch ein paar Rubinen übrig. Wunderschön, wunderschön. Hauen wir ab. Hauen wir ab. Dankeschön. Gut, gut. Gut, gut. Okay, sie meint beim Südausgang, der ist doch hier, oder? So, dann konnte ich mir hier so eine Sandtaube mieten. Oder wie war das? Mal schauen. Du warst das. Mhm, mhm. 20 Rubine. 50 Rubine brauche ich nicht. Ich robbe. Okay. Das war scheinbar richtig. Dann let's go. Und wenn wir hier so vor uns hin robben, kann ich auch deutlich mal meine Kleidung wechseln. Ihr meint, die hat... Hä, die hat gar keinen Hitzeschutz. Hä, warte. Hier steht's extra dabei. Hier irgendwie nicht. Oh, das ist irgendwie hier. Ah, okay. Set-Bonus ist das. Na dann... Hat was, hat was. Sieht aus wie ein... krasser Krieger-Typ. Oder so. Na dann wollen wir mal. Und hier baue ich scheinbar auch den Effekt. So, die bleibt tatsächlich hier und warte auf mich. Ja, Moment, hier ist es kalt. Warum ist es hier kalt? Was soll der Scheiß? Das war so nicht abgemacht. Reicht da ja noch nicht. Ah, nee, das hat er sowieso keinen. Dann ist ja eh Quatsch. Moment, äh... Was könnten wir ändern? So gleich? Sieht noch okay aus, ne? Kann man so machen. Kann man definitiv so machen. Okay, interessant, interessant. Gehen gleich mal rein, aber erstmal will ich mal hier hochklettern. Mal schauen, ob wir da irgendwas finden. Scheint aber... Obwohl, da können wir hoch. Moment, ist da, Riu? Ist da jemand, oder bilde ich mir das gerade ein? Doch, da ist sie. Okay, dann, äh, gehen wir doch erstmal ins Haus. Gucken mal da rein. Hallo? Wer bist du denn? Äh, ich raub erstmal hier alles aus. Ich hoffe, du hast da nichts gegen. Gerudebogen. Okay, davon haben wir schon einen. Der hat Haltbarkeit plus. Äh... Lass mich mal schauen. Äh, hier. Angeskraft. Ich werde das mit dem behalten, würde ich sagen. Ich schließe momentan sowieso mit dem. Wahrscheinlich werde ich den Gerudebogen brauchen sogar. Okay, komm. Ich rüste den mal aus. Das ist jetzt eine Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass sie jemanden so kleine schicken. Hey. Und du willst es wirklich mit dem Titan aufnehmen? Natürlich. Aber gut, wenn die Königin dich ausgewählt hat, muss es einen guten Grund dafür geben. Die Königin wartet auf der Spitze dieses Ausgucs. Hoch mit dir. Alles klar. Dann... Wollen wir mal. So, da ist die Leiter. Alles klar, dann... Hoch da. So, und wo ist jetzt der Titan? Also da ist er nicht... Vielleicht da. Ich weiß nicht genau. Ich kann ihn auf jeden Fall gerade nicht erblicken. Ist aber auch egal. Wir werden ihn schon finden. So, Rio. Dann... Okay. Kein Kock oder sowas. Aber es ist... Nicht, dass ich einen sehen würde. Oho. Das ist also deine wahre Gestalt. Hihi. Ein Anblick, den man in unserer Stadt höchst selten sieht. Siehst du ihn? Warnabor ist direkt vor deinen Augen. Da vorne? Aber um uns diesem Ungetüm zu nähern, brauchen wir Sandrobben. Bist du bereit? Natürlich. Hihi. Das ist gut. Ich hoffe, das haut nicht allzu lang. Ich habe... Ich nehme nicht mehr so viel Zeit in dem Part. Zuerst müssen wir mit Hilfe von Sandrobben näher an ihn herankommen. Ich übernehme dabei die Führung. Wenn sich dir eine Gelegenheit bietet, greife seine Füße mit Bombenpfeilen an. Okay. Naboros bewegt sich mit Hilfe der Kraft der Erde fort. Wenn wir diese Verbindung kappen, können wir ihn stoppen. Aber pass auf. Die Blitze, die er verschießt, sind tödlich. Selbst wenn dich nur einer davon trifft, kann das dein Ende sein. Hm, okay. Der Donnerhelm wird dich vor den Blitzen schützen, aber seine Reichweite ist begrenzt. Wenn du dich zu weit von mir entfernst, bist du den Blitzen schutzlos ausgesetzt. Vergiss das bloß nicht. Hm, was noch? Wenn du verletzt wirst, dann kehre zu diesem Ausguck zurück. Versprich mir das. Keine Alleingänge. Okay. Ich habe hier ein paar Bombenpfeile. Es sind nicht viele, aber du kannst sie gern verwenden. 20, nicht viele, sagt sie. Mehr ist genug. Ich frage dich noch ein allerletztes Mal. Bist du bereit? Hm, ich brauche noch Zeit. Moment. Ich muss mich erst mal anders ausrüsten, würde ich sagen. Kann der Bombenpfeile schon mal ausrüsten. Geruhdebogen ist, denke ich, okay. Wenn ich den hier schon mal bekomme. Okay, ähm. Also Wüstenrüstung wird da eher nicht gebraucht, weil die ist noch ziemlich schwach. Deswegen, die wird wahrscheinlich auch schlecht sein, weil die Elektrizität leitet. Also wahrscheinlich werde ich da eher von den Blitzen getroffen. Nehme ich mal an. Also vielleicht hatte ich meinen Helden, äh, meinen Recken gewandt. Damit halte ich, glaube ich, noch am meisten aus. Ähm. Den kalte wird es auch nicht sein. Achso. Ne, komm, nehmen wir das. Eine kleine Abrundung. Genau, das nehmen ist genauso stark. Ja, komm, sieht ein bisschen stylischer aus. Das wird schon passen, das wird schon passen. Muss ich zwar auch nochmal aufwerten, aber... Ja. Egal. Wird gehen. Müssen wir übrigens auch noch die Fee hier finden. Ich schätze mal, die wird hier irgendwo sein. Jetzt wollte ich gerade da hinten gucken, aber... Jetzt sehe ich nichts mehr wegen dem Wetter. Okay. Ich denke, ich bin bereit. Ich denke, ich bin bereit. Ja, laber nicht so viel. Ich bin natürlich bereit. Let's go. Ja, ja, ja. Hast du alles schon gelabert, Mann? Okay, mit B kann ich schneller fortfahren. Natürlich. Let's go. Obwohl, scheiße, jetzt ist es schon fast 30 Minuten. Vielleicht beenden wir erst mal den Part, Leute. Und beim nächsten Mal... Kämpfen wir... Gegen Wana Boris. Also bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch. Außerdem würde ich mich sehr über Kommentare freuen, was euch gefallen hat und was nicht. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.